hallo und herzlich willkommen im gartenjahr 2019 ich muss vorweg sagen ich habe leider kein mikro dabei aber ich versuche so laut zu sprechen dass ihr mich verstehen könnt und bevor es losgeht mit dem gartenjahr möchte ich euch gerne mal zeigen wie es jetzt in meinem garten aussieht also es ist natürlich nicht so ganz fertig für den sommer aber deswegen möchte ich euch ja genau den jetzigen stand zeigen also hier meine pergola da wächst da jetzt noch nicht ganz so viel deswegen haben wir hier diese wunderschönen blüten beziehungsweise eben diese chinesische quitte und hier oben den vor südjahr der das vor südjahr so ein bisschen drüber gelegt hier auf der anderen seite ist ja der blauregen schon relativ gut gewachsen letztes jahr da kommt jetzt auch langsam wieder also wir haben jetzt mitte april und hier tut sich schon wieder einiges unser steinblümchenbeet das haben wir jetzt gerade neu gemacht da sind auch schon die ersten blumen drin die müssen natürlich jetzt wachsen und blühen und dadurch dass es jetzt zur zeit nachts doch noch etwas kälter wird haben wir ja versucht ein bisschen was abzudecken damit die mir nicht alle eingehen hier hinten wird ein himbeer spalier gebaut da habe ich schon die einschlag hülsen rein gemacht ich bin gerade am streichen der dachlatten und balken und das wird dann auch sehr bald passieren hoffe ich und hier auf dem beet habe ich schon mal radieschen gesät und die dürfen jetzt wachsen und hier wachsen auch schon die stiefmütterchen beziehungsweise habe ich die natürlich hingepflanzt und wunderschöne tulpen primeln da hinten sehen wir schon die latten für das hinbeer spalier und die balken hier soll ja meine bunte hecke entstehen also hier habe ich einmal sommerflieder eine magnolien dann hier noch ein sommerflieder und ein hibiskus und eine neuerung gibt es noch das gerüst kommt ja irgendwann weg das gehört ja nicht mehr dafür habe ich jetzt hier noch einen kirschbaum gepflanzt und ja der soll so nah am gerüst sein weil das gerüst irgendwann weg kommt ja und nachdem ich euch jetzt alles gezeigt habe würde ich sagen gartenarbeit los geht's schaut mal ich war ja gerade die erste fuhre blumen holen und hier unten ist ein paket und hier ist noch ein viel größeres paket das ist nämlich mein neuer rasenmäher und ich freue mich so sehr vor allem auch dass er gerade heute noch angekommen ist meiner ist ja kaputt und meweber hat meinen stummen hilfeschrei anscheinend gehört und hat mir einen neuen super guten rasenmäher zugeschickt den ich dann mal testen werde ein so wir we Währenddessen ich das Gemüsebeet vorbereite, ist hier schon jemand fleißig. Unsere vielen Blumen, die wir eben bei Lena geholt haben, einzupflanzen. Ich habe mir überlegt, in die Blumenkästen in die Mitte was Pinkes zu machen und rechts und links daneben was Weißes, weil meine Terrasse ja pink und grün ist. Naja, ein bisschen weiß und ein bisschen braun. Also passt es ja eigentlich gut zusammen. Ein bisschen grau, genau. Also eigentlich ein bisschen alles. Und macht es Spaß? Ja, Blumen einpflanzen macht mir immer Spaß. Das ist in der Mitte. Also von hier aus sieht es nicht aus wie die Mitte. Und spült es mir ein. Möchtest du jetzt ein Zeugbuch holen? Ne. So, bloß jetzt. Sieht aber aus als wäre es ganz weit hin. Das ist in der Mitte. Das ist in der Mitte. Wunderbar. Will ich schließen oder du? Ich würde es erstmal hinstellen, oder? Sonst supple ich hier alles vor. Okay. Hier hin? Ja. Hast du Anna? Übersetzung. Musik Also, ich habe in den letzten Tagen ganz viel gearbeitet. Oder wir. Also, die nicht, aber ich. Und jetzt sieht der Garten wunderschön aus. Ich bin fast fertig geworden. Das Schlafzimmer muss ich noch Sommer fertig machen. Der Rasen ist gemäht. Die Beete sind angelegt. Ja, alles mögliche. Der Terrasse ist fertig. Licht ist auf der Terrasse. Blümchen sind eingepflanzt. So, und jetzt. Achso. Und meinen neuen Rasenmäher. Das Video dazu, das werde ich euch jetzt demnächst zeigen. Wenn es schon hochgeladen ist, dann verlinke ich es hier oben. Da oder da. In der Ecke. Und wir werden jetzt noch ein bisschen hier im Garten entspannen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch mein Garten gefällt. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssi. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020